Hier ist Alexius, das Video gut und ich habe Geschenke bekommen für das hier und ich wollte einen Rubik machen, aber über Holy, weil ich sie einfach am Schütz und keine von heute sind schwierig überlegt habe, von Amazon, aus Toys R Us, habe ich auch noch das bekommen und von meiner Oma habe ich eine Sibylle bekommen. Also, fangen wir jetzt mal an. Also, fangen wir zur restlichen Packung an. Die Packung hat hintersetzte, ist hier leider auf komischen Sprachen, die ich nicht lesen kann, von Englisch und Lichtern ist. Also, hier sind die Hauptpersonen, die in diese, die Hauptperson möchte ich sozusagen, die nicht in die Lampe hereinkommen. Oder, aber Gigi kommt aus der Lampe, also Holy, Laguna, Twyla und Gigi. Also, die Original-Gigi, die Original-Laguna, äh, Twyla, Laguna als irgendwas Monster, also nicht als das, was jetzt ist. Und die zweite Basik nennt man das, oder zweite Originale, ähm, Holy. Ähm, die Packung ist hier schön verziert, überall, mit so, lilanen, ähm, Schleier oder so, was das auch ist. Überall in den Seiten, hier steht wieder Monster High, ist auch verziert. Ähm, hier an den Seiten auch. Und hier ist das Monster High-Logo, ähm, Monster High drauf, dann der Totenkopf von Monster High. Pauline Wolf, sie selber noch einmal. Und hier 13 Wünsche, ah, Wishes. Hier ist nochmal die CD, 2013. Wir haben jetzt zwischen 16, also drei Jahre Unterschied. Die DVD, die DVD, ja, ich habe auch die DVD von 13 Wünsche. Äh, ich weiß nicht, dass es ein bisschen anders als so auf dem Bild. Wie dieses Ausdruck ist da, so ein bisschen hochnäsig, aber okay. Ich glaube, ich werde sie jetzt mal auspacken. So, ähm, kommt so. So sieht's jetzt aus, zur Hälfte ausgepackt, wie ihr seht. Ähm, ja. Hier steht wie fast bei jedem Pauline Wolf da auf. Ähm, die Packung ist in zwei Teilbar. Also, das heißt, ich glaube, ich fag jetzt aus. Über das hier spreche ich vielleicht noch, ich weiß es nicht genau. Kommt auf die Zeit ab. Okay, fangen wir dann schon mal, fangen wir jetzt schon mal an zu scheren. Ich glaube, ja, ich fang dann, dann, dann. Hier ist einmal ein schwarzer Standard für die Puppe. Ähm, und ein Kamm. Wie immer Monster High Style. Es gibt sehr viele von den schwarzen, aber es gibt auch verschiedene Farben. So, machen wir mal. Dann haben wir hier ihr Tagebuch. Ähm, da. Sieht man sie auch schön. Ähm, dann ist da immer der alte Namen. Irgendwas. Aber leider gibt's davon jetzt auf Deutsch. So sieht's aus. So, dann haben wir hier ihren Kuschel, der irgendwie voll verknippt ist und das sieht, aber das sieht man eher nicht. Wenn man will, dass man es sieht, aber. Okay. Ähm, eigentlich hat er hier müsste er schwarz oder orange haben. Und auf der anderen Seite schwarz oder orange, also ich weiß nicht mehr so genau. Das ist, ähm, auch zweiter Original, weil den gibt's auch in der ganz originalen, erster Original, ersten Original haben wir nicht wieder. Das ist Gushin, Gushin, Gushin. Rose Style. Dann kommen wir zu der Tasche, die ich glaube, so, ich hab sie nicht im Film gesehen, also sie wurde einfach hinzugefügt, genau wie die Gushin. Das ist hier. Die Tasche ist blau mit Gold. Ähm, ja. So sieht euch ja genau wie mein Nagellack. So sieht's halt aus. Eben hab ich's hier, wie ihr seht, könnt Paulin daraus entfernt. Und das hier gefunden. Das war eine Anleitung erscheinlich. Hier schreiben sie, wie man, ähm, was wir zusammenbaut. War wohl noch nie hergelegen. Ähm, wie man sie dann draufstellt. Hier ist dann, wie man einen Jungdorfstisch. Ja, hier ist dann so, wie man einen Jungen draufstellt. Das heißt, das muss auch hier sein. Und, ja. Ihr seht jetzt nicht nur auf der anderen Seite. Das ist dann, was alles abgeht. Bei einem Jungen geht dann nur, ähm, das hier ab. Also bis dahin. Das, so, hier die Hand geht nicht ab. Ja, hier würde dann halt was noch bestimmen, wie, was das Lagun ist, den wir abziehen. Das war auch nicht hier so drin gelegen. Da kommt. Und jetzt glaube ich, dass wir die Hand mit Hauling haben. Eigentlich, ich hab sie in meiner tolle, superschöne Hauling. Und das ist die allerschönste Hauling. Also, ihr Make-up ist ganz anders. Ich glaube, ich hol gleich mal eine andere Hauling. Und dann vergleichen wir mal. Ähm, zuerst erzähle ich euch über diese, dann vergleiche ich sie es noch mit euren, ja. Ähm, ihr Pony ist nicht so besonders hart. Aber es klebt noch so ein bisschen an, an ihr Stirn. Ähm, sie hat dann noch hier ein Hauling. Die Augen, muss ich schnell sagen, sind eine ganz andere Farbe. So. Dann hat sie hier noch so ein Jöckchen. Ein Schuh. Und Armbänder. Aber die Armbänder sind irgendwie von Kass. Ähm, ein Kleid. Ein Gürtel. Ähm, dann hier noch. Ähm, Leggings. Oder Stumpfhosen. Und Schuhe. Aber sie sehen echt schön aus. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt möchte ich mal vergleichen. Ähm, hier sieht man das nicht so in der Kanada, glaube ich. Aber Pauline hat, im Gegensatz dieser Pauline, sie hat nur pinke Haare ohne Strink. Man wird schon die dunkler werden. Und die hat pinke Haare und ein Strinkchen, welcher heller wird. Ähm, der Lippenstift ist fast gleich und dass er heller ist bei ihr. Aber die Augenfarbe ist wieder anders. Habt ihr, ich merke, dass sie braun ist? Ja, ich merke es auch nicht. Ähm, hier hat sie dunklere Augenbrauen als hier. Ähm, Hautfarbe ist, glaube ich, auch sogar dunkler. Ein wenig dunkler. Ja. Und dann sieht man, das Make-up ist anders. Ähm. Sonst gibt es wirklich keine Unterschiede. Außer der Kopf und natürlich die Kleidung. Ähm, bei jeder Hauling ist außerdem so eine Hand. Also. Und so sieht jetzt die Hauling von der ganzen Mensch aus. Es war jetzt auch nicht so beschrieben, deshalb mach ich das geil. Ähm, so. Mit allem, was ich dabei hatte. Also. Ähm. So sieht es aus. Und ich hab's hier. Gegen die, die die Original Hauling kaufen müssen, kauft ihr diese. Die ist echt schön. Okay, ja. Also. Hier sieht man sozusagen Gigi's Schuhlampe als Hintergrund. Mit Skorpionen hier. Ähm. Kissen. Lauter Kissen. Da, da, da. Vorhänge. Und die Vorhänge sehen irgendwie so richtig, ähm, alt aus. Und dann hier noch. Oh, so. Roter Teppich. Und Fenster, Fenster. Und Boden natürlich. Der Boden ist Gold. sieht man mit Monster Haiköpfen drauf. Das ist das Einzige, was ich irgendwie komisch finde. Weil Gigi kannte Monster Haie noch nicht. Die Monster Haie noch nicht. Also, sie. Noch. Nicht. Ähm. An der Monster Haie war. Also. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stellt ein Like. Ähm. Und ja. Das war's auch schon. Dann. Bye. Okay. P.S. Also. Noch was? Ähm. Many of us. Ich. Entschuldigung. Aber ich glaube nicht, dass ich heute noch dazu komme, das aufzupacken. Oder dieses Mal. Also, deshalb packe ich es nicht nützlich aus. Ich zeige mir noch nochmal die Packung. Das habe ich für 30 heute bezahlt. Hentai Saras. Das habe ich bei... Ich weiß nicht, ob ich meine O irgendwo da bin. gekauft. Man sieht hier auch. Also, aber ihr seht es nicht. Er hat so irgendwie so Kleber. Genauso wie Kirsch. So. Schreibt in die Kommentare. Wenn meine... Wenn diese Hautlinien gepflegter ausgesehen hätte. Welche gefällt euch besser? Dich hier oder die? Schreibt in die Kommentare. Stellt mir ein Like. Und abonniert mich. Bye. Pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pt. Pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-pfl-t. Vielen Dank.